Willkommen zu Kochen, Backen und mehr. Ich möchte euch ein paar Videos zeigen, wie man sich im Sommer am besten erfrischen kann und das Kalorien haben. Und zwar fangen wir an mit Erdbeeren. Und hier haben wir auch schon unsere Erdbeeren und die müssen wir zunächst einmal schneiden. Und wie machen wir das? Einmal in der Mitte durch und per Dreieckschnitt oben das Grüne da weg machen. Wenn wir den Dreieckschnitt erfolgreich gemacht haben, ruhig noch einmal nachschneiden. Dann können wir von dieser Hälfte noch einmal die Hälfte schneiden und das dann in den Behälter tun. Das machen wir jetzt so mit jeder Erdbeere, bis es fertig ist. So, ganz genauso bei der zweiten Erdbeere. Da haben wir schon Routine, dann geht es immer schneller. Und so sind dann auch bald all unsere Erdbeeren verbraucht. Und in einer relativ schnellen Zeit haben wir alle Erdbeeren geschnitten. Und bei der Gelegenheit, abonniert doch gerne mal meinen Kanal, teilt das Video und schaut auch gerne meine anderen Videos einmal an. So, seht ihr, wenn ihr das gemacht habt, ist nur noch eine Erdbeere übrig. Die schneiden wir auch noch zurecht und das ist die allerletzte. Schon mal probieren, noch mal probieren und noch mal probieren. Ja, schmeckt gut. Und jetzt kommen wir zu dem offiziellen Teil. Das offizielle Probieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.